So, und jetzt? Sanchez eliminieren. Ach, herrje. Seid ihr bereit für den Kampf? Amüsiert ihr? Wir haben heute einen tollen Hauptkampf. Unser geliebter Lokalmastador, Sanchez. Jetzt wird gegen den Mann aus der Kursch der Sanchez ein. Ja! Lass den Kampf beginnen! Jetzt gibt's auf die Fresse. Alter Schwierig! Hahahaha, was ist das? Hilfe! Alter! Jawoll! Immer rin in die Fresse! Jawoll, alter! Schön in die Fresse poliert. Jawoll, alter! Jawoll! Na komm! Wissen Sie noch, wer ich bin? Sie! Impossible! Victoria! Wo ist sie? Ich werde in ein Charme! Kill him! Loco Pedejo! Schön, dass Sie sich jetzt wohl in Ganghöhe erscheinen! Aaaaaaah! Okay! Der Sheriff hält Sie im Gericht fest! Aber ich würde mich nicht mit ihm anlegen! So sauber wie ich kämpft ihr nicht! Ich entscheide mit wem ich mich anlege! Ich kann sie nicht am Leben lassen! Oh oh! Und Tschüss! So, wir gehen jetzt einfach! Ernst Flutz, äh, Flix, Flix, Fix, 1, 2 Fix! Silberbonas! Silberbonas! Die dürfen wir natürlich nicht vergessen! Ja! Hören Sie mal! Verschwinden Sie jetzt lieber! Und Tschüss! Hallo! Und willkommen im Waikiki Inn! Möchten Sie sich einchecken, Sir? Ben Franklin Oh! Ich geh vor, Sir! Und ein kleines Frühstück gibt's von 7 bis 9 in der Tiki Lounge! Happy Hour ist von 5 bis 8 in der Tiki Lounge! Es gibt Mai Tai und Pina Colada zum halben... Geht es auch weniger? Festlich! Möchten Sie etwas trinken, Mr. Franklin? Ich würde sagen, ein Whisky! Ja, Sir! Komm! Ja, Sir! Geh mit Gott, verdammter Wichser. Oh Scheiße würde ich mal sagen, die Mädels könnten zwar mal vorbeischauen, aber nicht mit dem ganzen Krempel. Gehen wir jetzt hier einfach weiter. Spähen. Ich denke mal so ziemlich real hier, ob ich hier spähe. Ein feindliches Gebiet, alter, entspannt euch mal ein bisschen. Warum ruckelt das jetzt hier so? Das kann nicht sein. Scheiß nachgelade hier. So was jetzt hier. Kommt mal hier weiter. Was? Bügeleisen? Muss mal gucken. Ob hier überhaupt irgendwas rum eiert? Nö. Jennifer Paxton eliminieren. Muss mal gucken hier. Da unten steht einer. Da geht sie weiter. Die haben wir hier alles so ein bisschen in Schutt und Asche und so. war. Aha. Da ist er ja schon. Könnte man jetzt, ne, zielfeuern kein Kleider nicht. Die Frage ist, wo kommen die jetzt hin und so, ne? Und so. So. Ich glaube ich muss hier erstmal weg. Zentrale, wir haben ein Paket auf dem Parkplatz. Bereit zur Abholung. Lauf! Angriffsteam sammelt 47 Seiten. Das ist aber jetzt, ne? Nicht so einfach. Mist wird mein jetzt. Verdammter Mist. Moment. Warte. So, naja, machen wir das halt so, ne? Ist ja jetzt auch nicht so. Geht's halt nicht anders. Wollen wir uns als heiße Schwester verkleiden? Geht glaube ich nicht, wa? Ne. Aber als Polizist oder als Gangster besser gesagt. Weil in dem Mantel kann man ja nicht weiter rumrennen. Sieht ja ein bisschen komisch aus. So. Die Tante ist da unten. Die Frage ist, wie viel hier noch rumrennen. Hm. Machen wir ihn jetzt. Gut. Wir gucken erstmal trotzdem weiter. Da. Vielleicht ergibt sich ja noch eine Möglichkeit, das ist ein wenig lautloser zu machen. Ich hab zwar die Befürchtung, dass es nicht geht, aber... Hier ist erstmal ein Kontrollpunkt. Den nehmen wir mit. Hm. Okay, zuhören. Wir befolgen Abschnitt 3 des Protokolls für öffentliche Operationen. Keine Überlebenden, keine Leichen, keine Spuren. Alles muss blitzblank sein. Ich weiß, dass ich nicht gerade heldenhaft, aber Befehl ist Befehl. Erledigt einfach euren Job und tut so, als wäre es nicht passiert. Das war alles. So, die Tante läuft auf jeden Fall da hinten erstmal lang. Geht das eigentlich? Hm. Keine Ahnung. Da ist auch noch einer. Tja, nun steht er da rum, oder? Aha. Okay. Oh Mann, rin, 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 rin. So, den ersten hätten wir. Zentrale, hier ist der Hausmeister. Der Hausmeister. Der Typ da hinten, der muss auch erstmal weg. Der stört. So, schwingen wir uns mal dahin. Keine Spur von Überlebenden. Over. Rassur. Zentrale, wir haben hier vielleicht ein Problem. Ich check die Situation. Over. Fuck. Hallo. Hallo. Fack, fack, fack. Weg. Ne, kurz an, dann machen wir nochmal neu. Ist ja nicht so schön. So, naja, dann machen wir das halt normal. Ist ja kein Problem. Wir sind ja da flexibel. Nö. Vielleicht machen wir diesmal ein bisschen anders. Vielleicht machen wir diesmal ein bisschen anders. Okay, da hat sich jetzt... Ja, keiner gerührt. Ha, ha. Unischlicht. Ja.